Nach dem Koboldangriff auf das Königreich wurden die Helden des Trine in eine ferne Einöde entführt. Die Reise der Helden durch die sengende Wüste hatte sie zu allem Überfluss noch in einen Verdauungstrakt gebracht. Ein riesiger Sandwurm war aus dem heimtückischen Sand gekrochen und hatte sie bei lebendigem Leibe verschluckt. Fängt mit D an und hört mit Una auf. Zum Glück hatte der Börse verschlungen, Dürrn zu kauen. Doch im Bauch einer Bestie zu landen, war dennoch wenig erbaulich. Trine! Ich verlange, dass du uns sofort retten kommst. Nur wegen dir haben sie, Margaret, überhaupt entführt. Da fand ich die Wüste bedeutend schöner. Keine Angst. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Ja, aber wir haben noch nie etwas Schlimmeres von innen gesehen. Gut, dass du dein Kriegesschild hast. Ja. Ah, der Bogen sollte echt mal auf seine Ernährung achten. Was ist das so alles verschlüpft? Oh. Kann man den füttern hier? Bäh. Ich will dich mal wissen, was es ist. Und du willst es füttern. Vielleicht ist es ja auch gar kein Eingang. No. Kannst du hier auf das Ding schießen? Nö. Was ist denn hier oben? Noch ein Ei. Was bringen die? Schieß mal drauf. Nö, geht nicht. Vielleicht schlüpft ja was da raus. Komm mal wieder. Okay, wir haben hier ein Trampolin. Achso. Hm. Achso, dafür sind die... Ja, mit Schießen, der Gehegeleiter nicht da drauf fallen lassen. Okay, ich stelle mich jetzt mal auf... Was auch immer. Hier oben noch was zum Kaputt machen? Du willst da jetzt nicht in seine Marken was kaputt machen? Ja, ich freue mich halt, warum da die Stacheln sind. Warum denn nicht? Der soll uns wieder ausspucken. Das ist nämlich den Notausgang da oben links. Oh. Nein, nein. Okay. Also, der Säure ist übel. Ich weiß jetzt nicht, wie ich ohne dieser Säure zu bürger durchgekommen wäre. Okay. Bum, hörst du mich? Ich habe kleine, feuerballwerfende Kinder. Genau wie du, kleine, schleimschleudende Wege. Achso, mach er mal. Aber Amadeus' Stimme trug nicht weit genug. Und selbst wenn. Den Wurm hätte es wohl wenig geschert, was sein Mittagessen zu sagen hatte. Hm. Ist da noch was bei dir? Oh, ich habe hier... Der hat noch ein bisschen mehr verschluckt. Oh. Okay, aber... Achso, das war der Hammer, der es so beleuchtet hat. Und durch, 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 schlau. Okay. Hier sind wir schon... Oh, Säure. Ach, das ist ein Hebel. Ja, natürlich. Hast du keinen Hebel in deinem Innerein? Wow, das ist so alt, so widerlich. Wo kommt der denn raus da? Ich weiß nicht. Ja, nee, klar, der hat einen Sarkophag hier drin oder was. Oh Gott. Na, jetzt mal. Wir gewonnen zu... Oh, wow, mir geht's gar nicht gut. Okay, aber dafür ist dieses Maul, was auch immer, geöffnet. Ach, okay, hier ist rutschig. Da müssen wir vielleicht... Ah, hier gibt es Wurm. Das Wurm bemerkt, dass wir uns bewegen? Der Wurm ist auf dem Weg irgendwo hin. Vielleicht geht er auf Toilette. Man muss wohl hier das Licht irgendwie übertragen. Hm. Oh, da oben ist wieder so ein Ei. Okay. Wow. Oh, oh. Nicht gut, nicht gut. Warum nicht? Oh, jetzt bin ich nicht hochgekommen. Oh, das ist ein Tentakelviech. Oh, okay. Ja, ich bin wirklich nicht schnell genug. Ich hab's probiert. Konnte ich dir für feind? Nee. Ähm. Versuch das mal. Ach, Mist, jetzt bin ich hier runtergegangen. Na? Bist du jetzt gesprungen? Ja. Ich glaub, du brauchst nicht springen. Na, endlich. Hm. Okay. Sonst kann ich nicht bewegen. Das Ei kann nicht bewegen. Was der hier alles drin hat. Du gehst bei den Holzbalken. Mist, das läuft einfach durch. Hm. Hm. Ah, okay. Ja. Du behältst schon mal die Klappe. Aber auch nicht lange. Oh, es kippt. Sieht immer so aus wie eine Zunge, find ich. Die Dinger. Ähm. Nu. Da hinten ist noch was. Ich weiß jetzt auch nicht, für was die Eier gut sein sollen. Ach, Mist. Weiß ich auch noch nicht. Ich hab auch noch nicht getroffen. Ah, okay. Okay. Nein! Oh, 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 oh. Oh, probieren wir gleich nochmal. Mist. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Ja, na. Links, hä? Wieso? Wo ist er? Ha, komm jetzt selbst. Was soll ich mich tragen? Oh. Au. Das war Glück. Wir haben leider sie nicht mehr. Das ist das Problem, ne? Soll ich, soll ich einen Zauberer nehmen? Das hält nicht. Ne, hält nicht. Hallo, das ist Magensäure. Ja, klappt doch. Ich sprach so schlecht über Margaret. Wenige Augenblicke, ehe sie entführt wurde. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Oh, sie strahlte aber auch nicht unbedingt Liebe und Wärme aus. Jetzt weiß ich aber nicht, was da passiert. Sie ist sehr mutig, mein kleiner Liebling. Achso, klar. Angesichts der Gefahr, diese stachelige, stählerne Maske aufzusetzen. Gewiss, wie eine richtige, eiserne Jungfrau. Ähm, ich glaube nicht. Gib mir mal einen Zauberer. Ja. Au. Au. Oh, Wahnsinn. Das ist natürlich die Frage, kriege ich das jetzt hier irgendwie... Ja, jetzt hat er mich losgelassen. Ne, du hast das Dings nicht, ne? Ne. Das, äh, Siegelschild. Okay, äh, Katze zurück. Ja, der war leider auch kein... Warte mal. Dafür das Ei? Achso. Warte. Nee, glaube ich auch nicht. Warte, warte ist das Ei. Hm. So, du hast ihn. Muss mal wieder irgendwie versuchen rüber zu kommen. Ach, nein. Ah, hast nicht überlebt. Die Säure, die ist halt übel. Oh, jetzt bin ich noch drüben. Na, warte. Habe ich sie ja wieder. Achso, klar. Macht ja nichts, wenn die Säure übel ist. Ich kann sie ja... Wieso kann ich jetzt... Hä? Jetzt habe ich gerade... Schnell? Ja. Ach, halt. Ich wollte doch ihn nehmen. Oh, ey. Wow, 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 wow. Ja, nein. Ja, nein, ja, scheiße. Ach, Mist. Wo kommst du jetzt raus, sonst bist du da? Das geht nicht. Ah, du... Kannst du mir auch die Zunge da einfach runterdrücken, aber... Ach so, rüber, ne? Warte mal. Das geht natürlich auch. Wow. Man könnte halt da oben was dran machen hier. Oha. Oha. Na, das Problem ist, die Barrieren machen das halt auch, aktivieren das auch. Ja. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn wir da was dran machen, oder? Weil das hält ja nicht. Meinst du? Ne. Dein Charakter, der schwebt hier hinten noch rum. Ja, ja. Ich weiß gerade echt nicht, wie man hier... Oh. Na ja, gut. Runden lang? Äh. Wird es unter... Ah, ne. Okay, das haben wir auch schon mal gefunden. Ja. Was ist das rechts da? Weiß ich nicht. Ich kann es nicht mit... Ja, aber ich kann die Kiste reinstecken. Ach, da kann man vorne was wegkloppen. Da war wahrscheinlich eine Viola drin oder so. Ah. Achtung. Na gut, ich kann mit ihm jetzt alleine wenig machen. Ja, geht mal baden in Säure. Ah, das ist gerade ein bisschen tricky. Ja. Oh mein Gott, sie öffnet sich. Wow, gerade so. Aber ein bisschen erwischt hat es mich trotzdem. Ah, Mensch. Ah. Ja, warte hier. Okay. So, also ich bin drüben. Ist auch noch da. Gut. Ähm. Könnte man hier mit dem Zauberer eine Brücke bauen, eventuell? Dass man das nicht berührt? Ich weiß nicht, ob das geht. Jetzt kommt wieder hier. Ja. Aber es berührt schon. Es berührt schon. Ja. Ja. Ohohohohoho. Äh, das ist... Na gut, mit dem Zeiterweiterungsfeld könnte man das machen. So. Und dann rüber. rüber, ja. Rüber, ja. Hoff ich hoffe, ich... Nein! Oh, ich bin drüben. Ja. Dann komme ich nach mit meinem... Äh, ich muss das erst weg machen. Muss ich mich natürlich hier rein stellen. Ohohoho. Nein! Warte, ich mach mir mal eine Starthilfe. So sieht das gut aus, ja. Uh. Wow. Äh. Okay. Okay, ähm, da war so ein komisch... Oh. Wow. Da unten ist auch so einer. Nein, ich hab auch vielleicht eins. Ja, ich weiß. Oh, wenn das nicht so rutschig hier wär. Nein, jetzt will ich nicht da runter. Oh, Alter, ist das sowas von... Oh, nein, 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 nein ja das geht hier oben sind wahrscheinlich sollen die nur die eier dann halt fressen und dann ich versuche das mal es gibt wahrscheinlich nicht viel nein hoppala es ist echt nicht einfach mit ihm hier press die kiste ich bräuchte einen steg damit ich laufen kann ach was für eine geburt also ganz ehrlich möchte ich rede hier drinnen nicht von geburt bitte ich möchte nie in den bauch eines wurmes geraten und Pfeile genug Sud brennen. Ja. Dass er sich ärgert. Das ist schon wieder ganz schön Booster. So, wir müssen ja wahrscheinlich... Ich kann mich auch nirgends dranhängen. Oh oh. Mist. Okay. Da bin ich oben. Ja, warte mal. Soll ich erst mal gucken... Ach, hier oben mal. Jetzt haben wir wenigstens wieder alle auf volle Energie. Hm, ja. Okay. Äh. Keine Ahnung, warum das jetzt so schwingt. Ich glaube, die Ballerina ist zu dick. Na. Jawohl. Nichts wie weiter. Wir sind an einem Becken aus Magensäure angelangt. Oh, mit der Kiste. Oh, die haben wir wahrscheinlich auch Show. Wow, wow. Also sind wir wohl jetzt schon im Wagen. Demnach. Hm. Hm. Boah, das war gut. Natürlich. Toll. Ich stelle die nur ganz lang ab, wenn ich explodiere in den Himmel. So, wenn wir noch so ein Ding auf... Oh, oh, ich hatte sich fast erwischt. Warte mal. Oh, ach, hier ist so ein... Ja. Hab ich gar nicht realisiert, was das ist. Ich wollte halt da unten... Schieß mal da, wo die Truhe war. Und Pfeile hin. Ne, hier das Ding kaputt machen, da. Ob das was bringt. Die Sehne, oder was? Müsst... Weiß ich nicht. Ah, ne. Ne. Das klappt nicht. Ne? Jetzt hängt die Truhe fest. Jetzt ist sie weg. Oh, oh. Das hat nicht funktioniert. Bei mir verpackt. Nein. Ah, Mist. Okay, den Sprung schaffe ich nicht. Hm. Oh. Oh, guck mal. Um jeden Preis. Ja. Wo müssen wir... Was müssen wir da machen jetzt? Ich weiß auch gar nicht so richtig, wo wir hin müssen. Und wo bin ich? Eventuell müssen wir da von der Innenseite das Zelt zerstören. Ach so. Die Geschichte. Oh, shit. Ne. Warte. Und flieg. Oh, oh. Ich hab's nicht geschafft. Au, 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 au. Oh. Oh, noch einmal gefunden. Ne, okay. Und mehr ist ja auch nicht. Ja, gut. Ich wollte doch den Magus. Ich hoffe, jetzt klappt's. Wieso komm ich jetzt nicht mehr rüber? Wie hab ich denn das von gemacht? Das blöd ist, dass das Ding bei mir verpackt ist hier. Kriegt das Ei da nicht hin. Was ist denn da? Was ist denn da? Ey, ich muss erst mal rüberkommen. Ich komm nicht rüber. Das ist momentan mein Problem. Ne, aber das funktioniert ja auch nicht. Ne, nicht wechseln. Da kommt grad eine Blubberblase hoch. Okay. Kommt die jetzt her? Wir haben hier unten. Achso, hier unten ist noch wie so ein Auspuff für irgendwas. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Auspuff, komm mal. Ne, ich komm so nicht rüber. Warum? Superhüpfer, weil ich immer davor, weil ich nicht rüberkomme. Ne, gib ihn mir mal. Wenn du gesprungen bist, wenn du im Flug bist. Du musst dich auf eine Kiste stellen, das geht besser. Ich hab ja keine Kiste. Äh, ich war ja auf einer Kiste. Da müssen wir noch mal geben. Ich hab ja keine Kisten. Ich hab ja auch die Eidimitose. Ich weiß auch nicht, wie ich es vorne hochgekommen bin, aber irgendwie klappt das nicht mehr. So, Achtung. Wow. Dann musst du aber hochkommen. Ich seh nämlich jetzt selber nichts mehr. So, jetzt müssen wir äh, mit dem Zauberer mal gucken. Ich hoffe, das funktioniert. Bei mir ist das Teil verbuggt. Wo hattest du das jetzt? Siehst du die Tentakel hier rechts? Ja, ja, die seh ich. Äh, bei mir bewegt die sich. Also, wenn die hier was zu futtern kriegt, dann... Ist sie jetzt weg? Zieh die sich ein bei dir? Na, sie frisst kurz und dann kommt sie wieder, ja. Ja, das seh ich nicht, die Animation. Ich wollt halt sehen, dass ich dann da runterkomm. So, jetzt. Müssen wir aber da... Ich fahr mich dann aber, wo wir dann hin müssen, ja, ist gut. Ach, jetzt. Oh, doch, hat noch geklappt. Das wollte ich machen. Oh nein, warum kocht das denn? Was haben wir getan? Und so beschloss der Wurm, sich des Mahls zu entledigen, das ihm so auf den Magen geschlagen war. Und so beschloss der Wurm, sich des Mahls zu entledigen,